Okay, dann wollen wir mal ein Spielnetz, oh ja dieses Digimon da kennen wir aus der zweiten Staffel ach okay Niemann, genau ähm Okay, dann wird es uns wohl zuerst erledigen Okay Hi, wie geht's Luftschuss Level 6 Signals hat gar nichts abgezogen WTF WTF Das ist böse Ich versuch's mal zu leben Yeah, das hat sogar geklappt Ähm Ne, das machen wir anders Ähm Erhöhe mal die Verteidigung von Palmon Defense Up Das ist gut Ähm Mit Patamon würde ich den HP-Chip auf Palmon benutzen So, der Bosskampf ist hier ein bisschen fördernd Oh Also es ist paralysiert, das ist gut Heilung ist nicht nötig, also kann Patamon angreifen Auch wenn es sich wirklich was bringt Dann ist schon wieder dieser Angriff Aber Gumamon hat ja ein bisschen besser überstanden So, gelähmt ist es Dann kannst du jetzt von voller Kraft angreifen Ich mach das dann Von Schaden Das geht Gumamon mit dir und ich gern weiter die Verteidigung erhöhen Und jetzt warf Ne, mach mal von dir selbst Ähm, so Defense Up Du kannst nochmal angreifen Dem, 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 dem Der Kampf ist schon etwas schwieriger als die anderen Bosskämpfe Ähm, ja nochmal auf Gumamon Aber es hat zu verstanden Angreifen Oh, es ist nicht mehr gelähmt Mh Item HP-Chip auf Gumamon Halt der überhaupt jetzt noch genug? Ja, der halt genug Auf Auf Patermon Mh Okay So, noch Jetzt noch auf Patermon Äh, ja Für Patermon die Verteidigung mal erhöhen Ähm Mh Ich halte lieber Sicherheitshalber Man weiß ja nie was passiert, ne Leute Mh Wie viel Schaden macht das jetzt noch? Ähm Mhm Whatever Vieles Okay, weiter Greifen wir mit voller Kraft einfach mal an Oh ja, jetzt ist schon die Hälfte weg, das ist gut Und Angriff Patermon, das muss irgendwie noch stärker werden Na gut, Gummermond Wie viel macht das denn an Schaden? 36, ist auch ganz okay Äh, ja, ist okay Öh, stumm Gut, das Gummermond ist wohl erstmal komplett aus dem Rennen Äh, ich versuche es nur einmal zu erleben Einmal War mir klar, das lasse ich jetzt Ist okay HP Schöp, auf Gummermond Äh, okay, was machst du? Oh, du kannst auch mal Au Das ist echt böse Boom Bubble Also sagen wir Luftschuss Ähm Okay Attackdown What? Was kommst du denn jetzt für Mist an? Ist das jetzt wirklich weniger ab? Ein bisschen Äh, mein kommt Gummermond wieder ins Rennen Bläh, was ist das hier unten? Ähm Obwohl, warte ich, warte ich noch Greifen wir mal weiter an Ähm Nicht schon wieder das Palmon, Palmon Das war jetzt so knapp HP Schöp auf Palmon Und schön, dass Gummermond wieder ins Rennen ist Das war saumäßig knapp Und das Dam, 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 dam Dam Item, naja Oh Gott, nur zwei Der Körper braucht einige HP Chips So Und Schon wieder den Angriff senken Ist nicht so toll Hier Angriff Ich frage mich, ob jetzt meine Verteidigung eigentlich immer noch erhöht ist Oder ob das schon nachgelassen hat Okay, mach das ruhig Ähm Hier Volle Kraft drauf Obwohl Wie sieht es denn jetzt noch ab? Naja, gut Gut, ich glaube das haben wir jetzt gleich In der Runde kriegst du das glaube ich down Mit dem Angriff vielleicht Ja Gut 65 und 6. Punkte Erfahrungsfunk B6 Und ich doof war Und wir haben ein Speedring bekommen Okay Und Gummond hat Level 15 erreicht Äh, ja Okay So Und wir haben ein Speedring 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 Und wir haben ein Speedring